hallo liebe horrorfreunde hallo youtuber mein name ist gary und herzlich willkommen zurück zu alien isolation mit bösen alien wo ich nicht weiß wo das viel ist okay wir müssen weit war ich ja beim letzten mal noch müssen hier durch und gut nein wie war noch mal lieb okay schlüsselkarte ich wollte sagen wie war noch mal der guck weg naja da ist der gute nette herr ist alles im eimer samuels alles klar wie lange haben wir wie ging nun mal licht okay es verfolgt uns wieder so hey wie viel gibt es da oh hätte ich beinahe mal in getränkung gerufen ich habe anscheinend halluzinationen alter ist da ein ruby bei oder was scheiße okay aktueller speicherstand na toll gut wir müssen noch mal moment so öhm wo suchen sie op-saal nach einem medigate alles klar und heißt da laufen die leute hier ist alles im eimer samuels da okay da sind also leute durchgekommen können wir da was durchsuchen nicht wollen wir elektrisch wie komme ich von diesem wrack runter ähm ich frage mich was meine kinder gerade so treiben ah okay äh revolver leuchtfackel öh okay kann ich die nicht irgendwie anfangen oder was okay jetzt haben wir nicht mehr das monster sondern die leute okay äh voller stuhl öh 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 okay haben wir hier irgendwas von Interesse öh 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 Duschschukladung, alles klar. Oh je, ist kaputt, oder? P-Sagen. Gut, das heißt, ich muss die Leute... Ah, alles klar, den hab ich noch. Das ist super. Okay. Oh, guck, guck, guck! Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Schicker Fuß. Geh weg. Geh einfach weg. Baa, Alter. St. Christo bei Krankenstation empfiehlt sich so Krankenversicherung für Sorge. Yes. Okay. Hm. Also kommt das Vieh hinterher. Und macht die Leute alle kalt. Gut, dann wissen wir Bescheid. Im grünen Wald, im grünen Wald. Da macht der Jäger Tiere kalt. Wieder ralala, wieder ralala. Und ich hab Tiere geschaut. Hier ist alles im Eimer, Samuels. Ah, okay. Die werden mich da wohl nicht identifizieren. Sensor. Oder ist das? Keine Ahnung. Nehmen wir hierher oder was? Ich glaube nicht. Uiuiuiui. Okay, da kann ich mich verstecken. Ähm. Oh, natürlich. Die sieht ziemlich tot aus. Und, ähm. Oh, eine Ausweiskarte. Alles klar. Oh, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Hä, hä, hä. Okay, sie ist entweder über oder unter uns. Uh. Okay. Ich hoffe, das Viech erwischt uns nicht, wenn wir am Terminal sind. Hä, hä, hä. Äh. Okay. Hinweise auf. Autopsiebericht. Ah, jetzt kann ich scrollen. Ah, so. So ging das. Schlussfolgerung. Geheim. 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 Sevastopol, war ja klar. Ähm. Freigegeben Fehler. Hier läuft das System. Audio. Die Tatort absperren. Hier unten in San Cristobal ist was passiert. Sperren sie alles ab, damit niemand den Tatort stört, bis Garcia mit der Spurensicherung kommt. Das bleibt vorerst unter uns. Absolute Verschwiegenheit. Auf der Station sollte jetzt wirklich besser keine Panik ausbrechen. Und noch was. Wenn ich ausfände, wer das an Ransom weitergegeben hat, dem werde ich seine scheiß Dienstmarke zu fressen geben. Er taucht auf, faselt irgendwas von zigsten Sonderrechten und hat sich das ganze Theater aus nächster Nähe anschauen können. Dies ist ein ernstes Problem. Das letzte, was ich... Oh. Ups. Entschuldigung. Sekunde. Ich brauche es, dass dieser Ransom Schwierigkeiten macht. Waits. Ende. Okay. Oder wie auch immer du heißt. Okay. Entweder laufen die Patrouille oder ich hab Glück. In dieser Anlage sind Sintetentrackenfehler tätig. Falls Sie lieber von einem Menschen versorgen werden wollen, melden Sie mich bitte. Mhm. Mach ich. Aufzug. Natürlich geht der nicht. Äh, wo bin ich überhaupt? Vor allem das Viech, das guckt jetzt da drunter nach. Woll gucken. In gewisser Weise. Äh, wo unten ist sie nirgendwo? Äh. Ja, Zeit zu. Ich gucke nochmal auf die Karte. Äh. Okay. Wahrscheinlich muss ich da irgendwo lang. Die sind weg. Wähl ich mir das ein? Oder ist hier was bei uns? Wähl Alarm. Was? Wir wollen mal nichts überstürzen. Ich werde schießen, wenn ich muss. Sie lassen mir keine andere wahr. Ähm. Hauen Sie einfach ab. Warte, hab ich mich etwa gesehen oder was? Sie können nicht weit gekommen sein. Ähm. Ja, ich bin weg. Wir hätten das da drüben nicht machen sollen. Okay, wo ist das Motor, wenn wir uns mal brauchen? Wir verschwenden meine Zeit! Das fühlt sich einfach so falsch an. Ich trete hier drüben langsam für euch. Ich trete hier drüben langsam für euch. Komm raus! Okay. oh I don't want you Oh, tschüss. Oh, 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 das Vieh metzelt alle ab. Okay. Der Empfang ist Sperrgebiet. Ich kann nicht näher rangehen. Das ist der einzige Weg. Ripley, das ist ein Krankenhaus. Evakuierungsverfahren müssen eingeleitet werden. Äh, oh. Äh, wo muss ich hin? Oh na, ja, natürlich muss ich da hin. Äh, hin. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Alter. San Cristo bei Krankenstation empfiehlt sich so Krankenversicherung. Fürsorge fernab der Heimat. Okay. Oh, da hängt einer in der Tür fest. Gut. Gut. Und tschüss. Gut. Geim. Geim. Tout.